Hallo Kerstin, welches Event bringt dich heute ins Reddison Blue Hotel Frankfurt? Hallo, ich bin heute hier im Reddison Blue in Frankfurt zu einem Management-Meeting. Das Hotel hat eine sehr außergewöhnliche Architektur, aber ist sehr individuell, auch im Innendesign und sehr modern und stylisch. Ich glaube, das Hotel spricht für sich. Die perfekte Kaffeepause vereint Individualität, Kreativität, steht aber letztlich für gesundes Essen, für Brainfood und für Nachhaltigkeit und sich letztlich auf die jeweilige Zielgruppe individuell einzustellen. Veranstaltungsorte können sich definitiv noch in dem Punkt optimieren, dass man sich mit dem jeweiligen Teilnehmer bzw. der Zielgruppe auseinandersetzt. Was für Bedürfnisse bestehen? Sind Allergene vorhanden? Und geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit? Hallo Frau Noeapel. Hallo Frau Pfaff. Schön, Sie kennenzulernen. Ich freue mich sehr, Sie im Reddison Blue Frankfurt endlich begrüßen zu können. Wir hatten jetzt so eine lange Vorbereitungszeit und jetzt endlich findet die Veranstaltung bei uns statt. Ja, und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Wir haben Raum Bullenbier für Sie vorbereitet. Wenn während der Veranstaltung Fragen auftauchen, kontaktieren Sie gerne mich oder auch unser Team hier vor Ort. Wir sind immer für Sie da. Ich wünsche Ihnen jetzt eine ganz erfolgreiche Veranstaltung und eine gute Zeit in Frankfurt. Ja, prima. Vielen lieben Dank und dann sage ich mal bis später. Machen Sie es gut. Danke, tschüss. Danke, tschüss.